So Leute, Ballenladen ist angesagt. Wir werden jetzt die paar Ballen abholen, die wir gepresst haben. So. Und ja. Hier so ein... Ich finde der passt gut hin. So einen kleinen alten... Oh, wow. Wow, okay. Ähm ja. So. Da packen wir jetzt die Ballen drauf. Elf Stück haben wir ja gesagt, wann das... Elf, zwölf. Ach, keine Ahnung, hab ich mich da vergessen. Ich könnte auch nachgucken, aber nee, nee. So. Und den stellen wir gleich irgendwo auf eine gerade Fläche, wenn es geht. Hier ist doch ziemlich gerade, oder? Bleib mal hier. So. Machen wir dreier Dinge draus. Na ja, machen wir drei. Nicht gerade perfekt, aber egal. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, alles gut. Dann kommt wieder auf eineある Situation. Oh, die Liener. Oh, die Liener. Oh, die Liener. Oh, die Liener. Und dann holen wir die anderen zwei nur auf und jetzt rüber zu der anderen Feld. So, vielleicht kriege ich die alle mit. Das waren fünf, ne? Ja doch, müsste eigentlich drei, ja doch. So, ankuppeln, andere Feld. Aber ich habe gerade gemerkt, der neigt ziemlich dazu, schnell zu kippen, oder? Oder war das jetzt nur, weil der am Anschlag war, vom Lenkverhalten her? Ich weiß es nicht. Im Auge behalten? Doch, ja. Okay, na ja, dann ist es einfach nur vorsichtiger fahren, fertig. Tanken, nö, aber immer nicht. Wir haben noch 207 Liter. Tanken, nö, aber nicht. Vielen Dank. 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 Ja, stimmt. Vielen Dank. Das könnte knapp werden. Ja, hat aber gepasst. Sehr gut. Ja, ja, ja. Ja, das geht so. Ja, perfekt. So. Aber dann war das auch erledigt. Helga kann gleich den Deutsch schrubben. So meine lieben Leute, das war's an der Stelle. Ich sag für immer vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.